Julien, wir freuen uns hier offiziell wieder alle auf dich. Wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast. Von dem her, rein da! Ja, Digga, das ist das letzte Einhorn. Was wollt ihr mir erzählen? Die Runde von Krix ist flowlich wieder sehr stark und musikalisch, nur leider hat Krix ein grundsätzliches Problem. Und das ist eine nicht ganz so geile Aussprache. Dass er talentiert ist, steht außer Frage, aber so ein bisschen Luft nach oben hat er da auf jeden Fall noch. Seine Runde ist insgesamt ziemlich gut, auch wenn ich finde, dass sie nie, 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 niemals da niemals rankommt. Er versucht natürlich weiter in den Ohrwurmhook-Film zu fahren, aber die aktuelle Hook ist nicht wirklich mein Ding, der Beat geht mir ein bisschen zu wenig ab und er geht hier stark in Richtung Battle-Rap, was aber neben Johnny Dixon und Sensor, die extrem gut battlen, nicht so wirklich knallt. Ja, das ist ja das Problem, ne? Problem ist auch, dass er in Sachen Musikalität und Flow von Grinch Hill zerlegt wird, deswegen ist es schwierig, was die Bonusprozente angeht. Den in die Fresse-Rap von vorher gibt es auch nicht mehr so wirklich. Seine Runde ist gut, aber soll ich ihm 10% für die guteste Runde geben? Ach, warum eigentlich nicht? Er ist eh raus. Also Krix hat die guteste Runde. Super, Digga. So, hätte er nicht noch irgendwelche Schlampen ins Video holen können, dann hätte ich noch Tittenbonus geben können. Sagen wir noch 10%, weil er irgendwie immer noch der beste Newcomer ist. Noch ein... Ja, komm, jetzt wird's aber hier ehrenlos, Digga. ...ein paar Jahre und eventuell eine Maske für seine hässliche Visage und er könnte richtig was reißen. Aber jetzt müssen wir uns von Krix verabschieden. Mach's gut, Krix. Hast du auf jeden Fall gute Runden abgeliefert, kann man nicht mehr... Ja, aber so hätte ich's auch bewertet, ne? Ne, obwohl. Bei mir war Green auf dem dritten, ne? Ich glaub, 2 und 3 wären bei mir anders. Mach besser die Manege frei, denn ich komm in den Zirkus und trete dein Schädel ein. Sensa hat ziemlich geil... Und jetzt hat er ne Maske. Meint ihr, das hat ihn so verunsichert? Stellt euch vor, Digga. Voll so Komplexe bekommen durch diese Videos, wer weiß, Digga. ...weil abgeliefert. Was ich dabei lobend... Er hatte Green auf dem zweiten? Ah ja, stimmt, acht. Ja, ja, okay, da passt der. Ja, dafür war's aber echt nicht schlecht. Gerade der erste Part ist richtig böse und hat eine hohe Punchleindichte. Wie er da auf Greens hilfloser, ehemals herzkranker kleiner Schwester rumhackt, zaubert einem einfach ein Lächeln ins Gesicht. Ich finde, der erste Part von Sensa puncht sogar mehr als Johnny Dixon. Die Line, die ich am meisten diese Woche gefeiert hab... Boah, wir müssen immer im Vergleich hören. ...ist die Endline von Sensa, die er auch brutal rüberbringt. Massig Angriffsfläche durch die Schwabelschenkel deiner Schlampenschwester. Ich spitzier'n Krampfschott in ihr Face und sie sagt Danke, Sensa. Sensa kriegt außerdem 10% für die beste Delivery und der Part von Yuri knallt richtig rein, deswegen 10% für das beste Feature. Ja, wie gesagt, ist leider nicht mein Ding. Ist leider nicht mein Ding. Ich finde so mittlerweile mehr, aber damals... Weil ich es schon wieder schade finde, dass der Endbeat nicht der Beat für die ganze Runde ist. Außerdem geht Sensa am meisten in die Fresse. Stimmt, bestes und einziges Feature, ne? Ist eigentlich auch so, ne? Da kannst du ja immer ein Feature rein und wenn du Glück hast, du bist der Einzige die Woche, kriegst du den besten Feature-Part. Grinchill ist wie vorher schon gesagt am musikalischsten und hat den besten Flow. Video ist diesmal sehr durchschnittlich, was ein bisschen schade ist, aber er hat einen guten Song. Ja, was heißt durchschnittlich? Ich finde es eher sogar negativ, weil es sehr anstrengend zu sehen ist, ne? Da hätte ich lieber ein günstiges oder ein billiges Street-Video oder so gesehen in irgendeinem cool beleuchteten Tunnel als das... ...gemacht, oder wie er sagen würde, einen guten Song. Außerdem hat er am meisten Flow-Variationen und die besten Gesangseinlagen. Aber insgesamt hat er im Vergleich zu seiner Vorrunde etwas nachgelassen, was gerade in dieser Runde natürlich besonders schlechtes Timing ist. Durch seine Videobotschaft am Dienstagabend hat er es geschafft, noch 200 Downloads zu generieren, um damit weiterzukommen. Eigentlich wäre er diese Woche rausgeflogen und Sensa wäre weitergekommen. Es ist natürlich nicht verboten, sowas zu machen, aber Sensa hatte ihn am Ende nun mal überholt und das ganz ohne Videobotschaft. Ich bin nicht begeistert, aber ich wüsste auch nicht, was ich jetzt dagegen unternehmen soll. Was war denn da genau? Kann das jemand im Chat schreiben? Was war das für eine Videobotschaft? Außer euch darauf aufmerksam zu machen. Lasst euch nicht von sowas beeinflussen, sondern bewertet die Songs. Drama drumherum ist ganz witzig, aber es ist eine Music-Cypher und keine Drama-Cypher. Als Entschädigung bekommt... Naja, das hat sich schon zu Drama-Cypher entwickelt, man. Alleine wegen den ganzen Beefs und so. Hat er für seinen Song promotet. Okay, ja gut. Ist ja nun mal erlaubt. Oder er kann auf seinen Social-Media-Accounts machen, was er will. So ist natürlich... Achso, Moralkeule? Ah, okay. Ah, okay. Aber krass, dass er fast geflogen wäre. Kommt Sensa ein Exclusive auf diesem Kanal geschenkt. Jack, du bist ein Hurensohn. Deutschland nickt zu deinem Tod. Diese Bitch ist am Arsch. Heute ist nicht dein Tag. Ah, 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 ah. Für dich ist die Boy-Group ein deadly enemy. Bitch. Green und Celine, mich dis die Kelly-Family. Die Runde von Johnny Dixon ist die spektakulärste und entertaint am meisten. Außerdem hat er das beste Video und die Runde puncht insgesamt am meisten. Die besten Lines kommen ganz am Ende und sind natürlich wieder mal gegen die Schwester von Green. Wie herzlos. Hey, den hab ich schon gebracht, du Dieb. Ich würde fast sagen, dass es nicht die allerbeste Idee war, dass sie sich auf den JBB-Spielplatz begeben hat. Hier ist Mobbing nämlich an der Tagesordnung. Aber wie dem auch sei, seine Runde ist außerdem die epischste diese Woche. Johnny Dixon hat wieder mal auf ganzer Linie überzeugt und hat sich den ersten Platz geholt. Ah, Johnny weiter, Grinch weiter, Sensa und Crick sind raus. Ja, kann ich mit leben. Kann ich mit leben. Ich hätte auch damit leben können, wenn Sensa weitergekommen wäre. Rein aus dieser Rap-Fan-Sicht so mit Lines und so, ist da für mich halt mehr zu holen als bei Grinch. Aber Grinch ist halt musikalisch heftig unterwegs, von dem her es passt. Julian, der Geobiter, so sieht's aus. Das war's mit dem Viertelfinale, weiter geht es mit dem Halbfinale und das kommt am 2. Dezember. Damon, Grinchel, Johnny Dixon und Gary fucking Washington. Wow, okay, das ist ja auch eine geisteskranke Woche. Crazy, crazy Woche auf jeden Fall. Und auch geisteskrank, wie viele Runden die da einreichen mussten. Die waren ja dauerhaft nur am Mucke machen für dieses Turnier. Alter, der Julian hat sich damit so die Taschen voll gemacht. Safe, Junge. Crazy, Digga. egal schon. Das war's mit dem Makacke, Ich kann das 이러. Ich wahrscheinlich schau mal. Ich kann das mezelfhören, nach. Vielen Dank.